Im Paralleluniversum beobachten Alja und Gabriel die Paralleluniversums-Version von Ladybug und Cat Noir. Als sie darüber nachdenken, das Portal zu öffnen und sie zu erreichen, stürmen Shadybug und Claw Noir in ihr Versteck und begrüßen sie. Plötzlich akkumatisiert Gabriel Alja und öffnet ein Portal, um Ladybug und Cat Noir zu finden.